Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir da auch irgendwie kurz vorm Overkill sind, wenn ich in der Straßenbahn fahre und eigentlich guckt mich keiner mehr an, weil die alle nur auf ihre Smartphones und sonstigen Geräte gucken, die sie dabei haben. Ich finde das sehr ambivalent. Also ich habe immer das Gefühl, es würde uns auch hin und wieder mal guttun, das könnte auch mal im Bus oder Bahn der Fall sein, einfach mal da zu sitzen, aus dem Fenster zu gucken, die Leute anzugucken, fände ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich heiße Tom Schmidt, bin 56 Jahre alt, habe vier Kinder und einen Enkel und arbeite schon seit über 25 Jahren hier in der Kommunalpolitik. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, kenne ich Ihr Gesicht von der Straße, von den Plakaten, Sie kandidieren als Oberbürgermeisterkandidat. Das ist richtig, brauche ich gar nicht lange zu fragen. Und für mich wäre jetzt so die Frage, wenn ich Oberbürgermeister werden will, was muss ich dafür eigentlich können? Was sind so die wichtigsten Eigenschaften oder warum will man das überhaupt werden? Das wäre dann die zweite Frage. Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen eine Aufgabe für diese berühmte eierlegende Wollmichsau, was ein Oberbürgermeister alles können soll. Also der soll die Stadt repräsentieren, der soll dem Rat vorsitzen und auch das Ganze ein bisschen führen und außerdem soll er noch Leiter der Verwaltung von über 4000 Mitarbeitern sein. Und dann soll er noch bürgernah sein und nett und sympathisch, also eigentlich alles. Warum will man das machen? Also ich mache lange Politik, also auf der politischen Seite, auf der Fraktionsseite und ich habe mich häufig schon darüber geärgert, wie Verwaltung arbeitet und habe eine ganze Reihe von Ideen, wie ich es anders machen würde. Und da habe ich mir gesagt, jetzt ist mal die Chance, dafür selbst zu kandidieren, den Leuten ein Angebot zu machen, mal gucken, ob sie es haben wollen. Sie sind in der Partei Die Grünen. Was sind so die Werte, die Sie besonders interessant bei den Grünen finden in der Kommunalpolitik? Also für mich, wie gesagt, ich bin auch nicht so für dieses Links-Rechts-Schema zu haben. Ich finde in der Tat, Politik sollte wertegeleitet sein. Für mich sind so Stichworte wie Vielfalt, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit so Leitbegriffe, wo ich so meinen roten Faden finde. Dann mal so die Frage, wenn Sie als Oberbürgermeister einen Wunsch frei hätten, den wir einfach sofort jetzt umsetzen könnten. Gibt es da irgendwas, was Sie so im Kopf haben, was das sein könnte? Also so Richtung Feenwunsch, egal wie viel Realismus, okay. Ich glaube, ich würde mir wünschen, einmal die Ressourcen zu haben, um allen Kindern hier in Bonn sozusagen die gleichen Startchancen zu geben. Okay. Wenn wir uns jetzt nochmal auf Bonn konzentrieren, wo sehen Sie in Bonn die größten Potenziale? Also was sind eigentlich die Eigenschaften der Stadt, die Bonn auszeichnen aus Ihrer Sicht? Also Bonn ist erstmal eine sehr internationale Stadt für seine Größe, auch aufgrund seiner Historie und jetzt mit dem Schwerpunkt UN-Stadt. Hier wohnen unheimlich viele Nationen. Ich glaube, es gibt fast keine, die es hier in Bonn nicht gibt. Und ich glaube, wir haben die Chance in Bonn daraus, was Positives zu machen. Also das nicht als Bedrohung zu verstehen, sondern eigentlich als ein Reichtum. Und ich glaube, auch die Offenheit der Bonner dafür ist relativ groß, das zu machen. Und das ist für mich so die Chance, als Stadt sich auch zu entwickeln. Das ist für mich auch so ein bisschen das Zukunftsprofil dieser Stadt. Eben nicht mehr die alte Hauptstadt zu sein mit irgendwelchen Restbeständen, sondern die UN-Stadt zu sein, die sich insbesondere eben auch um Klimaschutz kümmert und um Umweltschutz. Okay, also quasi Fokus Nachhaltigkeit und international. Gibt es noch andere Themen, die Bonn irgendwie auszeichnen als Stadt? Ja, Bonn, was oft sehr unterschätzt wird, ist die Wissenschaftsstadt Bonn. Hier gibt es wirklich eine unglaubliche Fülle von Wissenschaftseinrichtungen. Gibt es natürlich auch die Uni, die, finde ich, auch häufig wirklich fast vergessen wird oder jedenfalls so ein Eigenleben für sich führt und man achtet auch nicht genug auf sie. Dann gibt es natürlich die Fachhochschulen. Also als Wissenschaftsstandort ist mir immer wieder aufgefallen, dass wenn man mit den Leuten aus solchen Institutionen redet, die wissen oft selbst nicht, wie viele es hier in Bonn davon gibt. Und das mal wirklich zu vernetzen und auch mal ein Stück weit für Bonn zu vermarkten, das wäre echt noch eine Aufgabe, die sich lohnen würde. So geht es mir auch relativ oft. Also ich bin viel im Internet unterwegs und schaue mir viele Bonner Blogs an und entdecke darüber auch immer wieder, also ja, wie viele Initiativen es in Bonn gibt, wie viele engagierte Menschen da sind. Und ja, auch der Bereich Digitales, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Da habe ich auch noch ein paar Fragen zu. Ja, mal so eine klassische, fiese Frage, so, warum sind Sie besser als die anderen Kandidaten oder was bringen Sie mit als Oberbürgermeister, was Sie unterscheidet oder was sind so, ja, das ist doch einfach mal eine einfache Frage. Haben Sie vorher schon solche Fragen vorbereitet auch? Ja klar denkt man über solche Fragen auch vorher schon mal nach, aber meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man sich zu viele vorgestanzte Formulierungen überlegt hat, wird es nicht besonders gut. Also ich versuche eigentlich schon, mich im Gespräch auf die Frage einzulassen, die ich dann kriege und letztendlich auch irgendwie spontan zu arbeiten, ja. Natürlich lernt man auch immer, dass man mal Botschaften rüberbringen muss, ja, so, aber ich versuche das eigentlich ein bisschen zurückzuschalten und einfach auf die Frage zu antworten. Und natürlich auch so jetzt die Frage, warum sind Sie besser als die anderen? Da zuckt man ja erstmal so ein bisschen zusammen und denkt, ich soll mich ja so selber loben, ja, und sagen, warum ich wie gut bin. Da macht man vielleicht eigentlich nicht so gerne, aber wenn man sich eben für so ein Amt bewirbt, dann muss man ja sagen, warum man das tut. Und natürlich steckt da auch die Überzeugung hinter, dass man das beste Angebot hat. Welche Überzeugung wäre, einer von meinen Mitbewerbern könnte es eigentlich besser als ich, der würde ich ja nicht antreten. Okay, dann stelle ich die Frage mal anders. Vielleicht ist das nochmal eine interessante Variante davon. Haben Sie mit den anderen beiden Kandidaten vorher schon mal irgendwie zusammengearbeitet oder Kontakt gehabt im Politischen jetzt? Also mit dem einen war es praktisch gar nicht möglich, also mit dem SPD-Kandidaten, weil er noch nie in der Bonner Kommunalpolitik in irgendeiner Form aufgetaucht ist. So den anderen habe ich mal insofern mal rudimentär kennengelernt, weil er im Königswinter Kommunalpolitik macht. Und da gibt es ja diese Fähre, die gemeinsame, da gibt es auch ein gemeinsames Gremium und da hatte man schon mal Kontakt. Aber das ist eigentlich auch nur sehr wenig gewesen. Also jetzt nochmal so rum gesagt, weil ich auf Ihre Frage von vorhin, ich habe mich eigentlich gewundert darüber, dass so relativ große Parteien wie CDU und SPD am Ende einen Kandidaten aufstellen, der mit ihrer Kommunalpolitik bisher nichts zu tun hatte. Und das haben die Grünen jetzt genau andersrum gemacht. Wir haben jetzt einen Kandidaten geschickt, der glaube ich schon mit fast am längsten in der Kommunalpolitik tätig ist. Und ich mache es ja auch seit 25 Jahren schaubberuflich als Geschäftsführer. Und insofern, das ist, finde ich, meine Kompetenz. Ich glaube zu wissen, wie die Politik und wie die Verwaltung hier ticken. Und ich brauche keine lange Einarbeitungszeit. Ich habe ziemlich genaue Pläne, was ich tun würde, wenn ich den Oberbürgermeister wäre. Wie war denn Ihr Einstieg in die Politik vor 25 Jahren? Also mein Einstieg in die Politik, der war nicht vor 25 Jahren. Der war, glaube ich, vor 40 Jahren. Ich bin nämlich eigentlich, also ich habe sozusagen Kommunalpolitik schon ein bisschen mit der Muttermilch aufgesogen oder der Vatermilch, wie wir das sehen sehen. Mein Vater war in einer kleinen ostweststädlichen Stadt über 20 Jahre CDU-Bürgermeister. Oh, von einer anderen Partei. Ja, also insofern, ich kenne das gar nicht anders, als dass Kommunalpolitik in der Familie immer eine große Rolle spielte. Und ich habe schon, glaube ich, mit 17 für die Grünen in einem gemeinsamen Podium mit meinem Vater auf dem Podium gesessen, in unserer Heimatstadt. Und wir haben uns gestritten, dass die Fetzen flogen. Das fand er aber immer ganz in Ordnung. Er hat gesagt, wenn du davon überzeugt bist, was du da machst, dann mach das. Das muss nicht das Gleiche sein. Dann habe ich sehr viel in den sozialen Bewegungen, eigentlich war ich unterwegs. Also ich habe zum Beispiel einige Katholikentage von unten organisiert. Also so ein bisschen das Pendant zum offiziellen Katholikentag. Und war auch sehr viel in der Friedensbewegung unterwegs. Ich war so eine Weile Sprecher des Koordinierungsausschusses der Friedensbewegung. Habe zum Beispiel die Demonstration im Hunsrück und die Großmissalls organisiert. Also das ist eigentlich so meine Herkunft. Und damals habe ich immer gedacht, ich gehe nie in eine Partei. Also was für mich zum Beispiel super schwierig wäre, auch zu sagen, also jede Partei hat ja quasi, es gibt hier Zeichen aus dem Off und ich muss mal sagen, ja, was, wieso, nein. So, dann kannst du hier keine konkrete Wiedermachen. Und ja, ich moderiere, danke. Und ich möchte auch weiter moderieren. So, meine Frage wäre jetzt gewesen, wie entscheidet man sich für eine Partei? Also war das relativ einfach für Sie zu sagen irgendwie, ja, okay, ich stelle mich vielleicht gegen den Vater, aber macht dann die Grünen, oder war das einfach das Umweltthema, was zu dem Zeitpunkt populär war? Also bei mir war es das Friedensthema und da hatte ich mit den Grünen so die meisten Gemeinsamkeiten, aber ich wollte nie eine Partei. Für mich war Partei eigentlich No-Go und ich habe auch bei den Grünen angefangen zu arbeiten in der Fraktionsgeschäftsstelle, ohne Parteimitglied zu sein. Das ist ja bei den Grünen möglich und das fand ich immer sehr sympathisch. Man darf ja sogar bei grünen Mitgliederversammlungen mit abstimmen, ohne Mitglied zu sein. Das habe ich auch lange so gemacht. Irgendwann sollte ich mal in den Kreisvorstand kommen, da musste man dann Parteimitglied werden. Dann habe ich es dann gemacht. Dann sind wir auch direkt beim nächsten Thema mit Abstimmen, nämlich Bürgerpartizipation in Bonn. Das wäre so für mich ein Thema. Wie wollen Sie das Thema hier in Bonn konkret mit Leben füllen? Also es gibt ja einen Bedarf in meiner Sicht danach. Immer wieder sind Großprojekte auch daran gescheitert, dass nachdem Entscheidungen im Rat gefällt wurden, dann die Bürger gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Oder man sieht es am Festspielhaus, man sieht es wahrscheinlich jetzt wieder am Viktoria-Carré. Wie wollen Sie diese Fragen angehen, sodass auch Großprojekte hier vielleicht wieder möglich sind oder einfach auch die Stadt sich nicht selbst lähmt? Also so kommt sie mir manchmal vor. Quasi Prestigeobjekte auf der einen Seite, die dann irgendwie so in kleinen Geheimverhandlungen durchgesetzt werden und plötzlich ist man damit konfrontiert und der Bürger sagt, ich wusste nichts davon. Dann sagt man, ja, du konntest aber nachgucken auf der Internetseite irgendwo im Unterordner 3.x.y. Also das muss ja irgendwie anders funktionieren können. Also erstmal müsste natürlich die Sache so laufen, dass man die Bürger möglichst von Anfang an mitnimmt und denen sagt, bevor Entscheidungen sozusagen fallen, ihnen sagt, was sozusagen auf dem Spiel steht oder zur Entscheidung steht und sie dann mitzunehmen. Ehrlich gesagt, ich finde das nicht einfach. Wir haben schon die verschiedensten Versuche auch gemacht, zum Beispiel mit dem Thema Bonn-Pakts an. Das war ein sehr, wie ich fand, couragierter Versuch, sind aber viel für kritisiert worden, weil wir es nicht so richtig geschafft haben, den Leuten zu erklären, dass wenn sie sich beteiligen, dass das auch Auswirkungen in der Realität hat. Und es gibt ein paar. Da möchte ich gerade mal kurz einhaken. Also ich habe eine Ratssitzung mir tatsächlich im Livestream angeschaut aus dem Zug. Da hat mal kurz das WLAN funktioniert. Und da sind dann auch tatsächlich die Bonn-Pakts-An-Themen angesprochen worden. Das waren irgendwie 25 Entscheidungen. Und also ich konnte eigentlich nur die ganze Zeit das Gesicht oder unseren Oberbürgermeister sehen. Der hat dann immer gesagt, angenommen, abgelehnt, Enthaltungen und nächstes Thema. Und das hat ungefähr 30 Sekunden gedauert, 25 Themen durchzuhauen. Wie die Entscheidungen waren, konnte ich nicht verstehen anhand des Livestreams. Auch die Geschwindigkeit, mit der das vonstatten ging, konnte ich nicht nachvollziehen. Und irgendwie dachte ich auch so, okay, wenn Leute das jetzt sehen, die sich da wirklich engagiert haben und gute Ideen da eingebracht haben und sehen, das wird in 15 Sekunden abgehandelt, das ist doch für die Katz, denke ich mir dann. Ja, aber so war es natürlich auch nicht. Das muss man sagen. Es gab ja Fachausschüsse, es gab Bürgerschüsse, Fachausschüsse, Hauptausschuss. Und wir haben uns da in diesen Ausschüssen schon detaillierter mit diesen ganzen Dingen auseinandergesetzt. Wir haben auch dafür gesorgt, dass es vernünftige, aus unserer Sicht jedenfalls vernünftige und klare Antworten gibt, warum man zum Beispiel einer Initiative zustimmt oder warum man nicht zustimmt, warum man sie entweder nicht gut findet oder nicht für realistisch hält. Aber wir müssen sich auch klar machen. Aber das kann ich jetzt nicht im Internet irgendwie mal nachschauen. Ja, die Antworten schon. Also es gibt auch, wir sagen wir auch, das ist auch dafür gesorgt worden, dass jeder, der solche Fragen gestellt hat, auch eine entsprechende Antwort bekommt. Die Antworten kann man sich auch im Internet angucken, aber trotzdem. Wo denn? Auf der allgemeinen Bonn-Seite müsste man sich dann zu Bonn-Pakt an, glaube ich, durchklicken, dann wird man das da finden. Sie sehen, es ist gar nicht so einfach. Also ich meine, wenn ich auf die Bonn-Seite gehe, bis ich da wirklich an dem Punkt bin, das zu finden, also erstens muss ich ja eine zielgerichtete Suche auch machen. Ich muss genau wissen, dass der Begriff oder mein Vorschlag Nummer 25, den muss ich erstmal da raussuchen aus diesem Boris-System. Also da ist, glaube ich, auch noch viel Raum nach oben, das zu verbessern. Ich sage nochmal, es ist wirklich kompliziert. Ich glaube, wir sind eigentlich von unserem Willen her ambitioniert, aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, die Methode, mit der wir gerade auch die Leute bekommen, die sich Gemeinden sowieso nicht so an Politik beteiligen, die haben wir auch noch nicht gefunden, den Stein des Weisen. Und ich bin dafür tippsdankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gucken auch viel bei anderen Städten, was die machen. Aber es geht ja auch nicht nur über das Internet. Ein Teil geht über das Internet. Es gibt immer noch viele Leute, die haben damit gar nichts zu tun, die muss man auch beteiligen. Und die Fragen, gerade in meinem Haushalt, sind natürlich auch sehr komplex. Und wenn Sie eine Ratssitzung mit 90 Tagesordnungspunkten haben, was da so mehr oder weniger normal ist, dann müssen Sie das natürlich auch irgendwie bewältigen. Aber woran mir liegen würde, ist, dass wir Anstrengungen unternehmen, Politik verständlicher zu machen. Und wenn Sie jetzt mal so eine Ratssitzung nehmen, dann kann ich Ihnen nur vollkommen recht geben. Wer sich das anguckt, ich bewundere den, der sich das anguckt, weil das schwer zu verstehen ist, was da eigentlich passiert. Und wir müssten dafür sorgen, dass wir vielleicht im ersten Teil der Ratssitzung mal die Punkte dran nehmen, die auf ein besonders großes Bürgerinteresse stoßen. Und wir müssen die in einer Art und Weise abhandeln, dass auch ein Außenstehender der Zug das verstehen kann. Also wenn Sie gerade Fragen nach Tipps. Ich hätte jetzt gesagt, also einmal überhaupt nochmal den Livestream auch so machen, dass ich mitbekommen kann, wie abgestimmt wird. Also vielleicht auch nochmal einen Blick in den Raum rein. So ein bisschen Transparenz schaffen. Ich weiß, dass das diskutiert wurde und schwierig ist, aber das ist eben mein Tipp und eben, dass man auch die Dokumente irgendwie mit eingeblendet bekommt, die gerade diskutiert werden, dass ich dann sagen kann, okay, das ist jetzt mein Thema, da klicke ich drauf und dann kann ich mir das anschauen. Klar, man muss auch ganzheitlich denken, Bürgerbeteiligung findet nicht nur im Internet statt. Das wäre auch ein Kritikpunkt jetzt zum Beispiel von mir. Bonn packt es an. Also da kann man vielleicht auch mehr lokale Veranstaltungen machen, regelmäßiger. Also können wir mal darüber reden. Ja, aber da können wir nochmal vertiefen an anderer Stelle. Thema Schulden. Bonn hat 1,7 Milliarden Euro Schulden pro Kopf. Also ich habe jetzt 5.450 Euro Schulden. Da muss ich erstmal eine Zeit lang für arbeiten gehen. So, was ist das geheime Rezept, wie man den abbauen kann? Also erstmal würde ich die Schulden gerne unterscheiden. Also bei diesen 1,8 Milliarden sind es ungefähr 1,1 investive Schulden und das andere sind sozusagen echte Schulden. Aber mal ganz vergleichen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich ein Haus kaufen, ja, dann haben Sie ja unter Umständen auch Schulden, sagen wir mal 200.000 Euro, aber Sie haben auch ein Haus. Ja, deswegen sind Sie also deswegen nicht ärmer, obwohl Sie Schulden haben. Das betrifft sozusagen diese 1,1 Milliarden. Da gibt es Gegenwerte für, für die wir uns verschuldet haben, die wir aber haben und abbezahlen. Die anderen Schulden, die machen mir echt Sorgen, sozusagen diese 700 Millionen, weil das sind quasi wie so Dispo-Überziehungen, ja. Da haben Sie irgendwie zu viel ausgegeben und müssen jetzt immer Zinsen dafür zahlen und kommen nicht so richtig da wieder raus. Das ist schwierig. So, wenn ich mir jetzt den Bonner Haushalt angucke, 1,1 Milliarden im Jahr, das sind 310 Millionen Personalkosten, 280 Millionen Sach- und Dienstaufwendungen und 450 Millionen Transferleitungen. Wow, die Zahlen sind gelernt, ne? Na, ich, die Zahlen, ich habe mich so oft mit dem Haushalt beschäftigt, die drei großen Blöcke, die kenne ich, weil es mich auch darauf ankommt, an diese großen Blöcke dran zu gehen. Und einer der wichtigsten Blöcke, wo ich finde, wo wir rangehen müssen, sind Personalkosten, weil die sich nämlich sehr dynamisch entwickeln, ja. Also diese 310 Millionen, wenn wir eine Tarifkostensteigerung von einem Prozent haben. Ich kapiere schon nichts mehr. Sorry, muss ich jetzt sagen, ja. Warum? Zu viele Zahlen. Aber ich habe verstanden, dass am Personal soll gespart werden und wenn ich jetzt in der Verwaltung sitzen würde, würde ich sagen, so, sie wollen mich führen, aber gleichzeitig wollen sie irgendwie mir weniger Geld geben oder vielleicht mich sogar an meine Stelle streichen. Das ist ja schwierig, oder? Ne? Das habe ich falsch verstanden. Ja, also erstmal, trotzdem, an der Zahl, da kommen sie jetzt nicht so schnell von weg. Ich finde, 300 Millionen kann man sich noch merken. Und ein Prozent Tarifsteigerung kann man sich auch merken. Ein Prozent Tarifsteigerung kostet zehn Millionen zusätzliche Personalkosten, ohne dass irgendwas passiert. Ich will nur mal sagen, was für eine Dynamik das hat, wenn man ein, zwei Prozent Tarifsteigerung im Jahr hat. Okay, jetzt zahlen. Jetzt kommt es zu der anderen Frage. Die andere Frage ist ja auch so, ja, okay. Ja, die andere Frage ist, ich will ja keine Leute entlassen, sondern es gibt ja eine ständige Fluktuation, Leute hören auf, Leute gehen woanders hin, Leute gehen in Rente und man kann eben nicht immer alles direkt nachbesetzen und auch teilweise auch gar nicht nachbesetzen. Das ist eher der Weg, den wir machen. Wir müssen mit dem Personal im Vergleich zu heute in der Tat runter, sonst werden wir den Haushalt nicht konsolidiert kriegen, ist meine Überzeugung. Ja, und ich habe auch schon ein, zwei Freunde in Bonn in letzter Zeit mitbekommen, dass sie versucht haben, Termine überhaupt bei der Bürgerverwaltung zu bekommen und keinen Termin mehr bekommen haben, erst einen in sechs Wochen und wahrscheinlich, und da hatte irgendwie das System auch keine Termine mehr angezeigt, bis hin dazu, dass irgendwelche Geheimtricks verraten wurden, wie man denn doch noch irgendwie, also wenn man ganz früh morgens irgendwie aufsteht und dann vor der Tür sich stellt oder was weiß ich, irgendwelche Sachen so wurden besprochen und wenn ich das als Bürger höre, da soll jetzt bei der Verwaltung noch mehr gespart werden, schwierig. Ist auch schwierig, aber die Alternative ist Zahlungsunfähigkeit. Aber wie fahre ich denn jetzt in Urlaub ohne Reisepass? Ja, das brauchen sie nicht. Also ich gebe ja zu, dass diese Schwierigkeiten, die da jetzt aufgetreten sind, dass man die auch beheben muss. Aber es liegt aus meiner Sicht nicht daran, dass wir jetzt einfach zu wenig Personale eingesetzt haben, sondern das neue System, was wir versucht haben zu installieren, hat noch nicht so richtig den Realitätstest geschafft, wie wir es in der Theorie uns vorher vorgestellt haben. Aber in der Tat ist es so, dass durch eine neue Art von Bearbeitung, eigentlich sogar die Qualität für den Bürgerservice steigern, gesteigert werden sollte, indem man nämlich nicht mehr da rum sitzt und stundenlang im Bürgerbüro wartet, sondern indem man feste Termine kriegt. Das ist auch nach wie vor die Zielvorstellung. Ich glaube, wir erreichen das auch. Aber zum Beispiel diese Umstellung hatte insgesamt, sollte, soll damit eingespart werden, eine Größenordnung von 1,3 Millionen im Jahr. Und das ist schon mal eine Größenordnung, die man hat. Und ich sage es nochmal, wer immer sagt, eigentlich müssen wir sparen. Ja, wenn Sie fragen, jemanden fragen, soll die Stadt eigentlich weiter so machen, mehr Geld ausgeben, als sie reinkommt, sagt jeder, nein, das geht ja nicht. Ihr müsst jetzt endlich mal so viel Geld nur ausgeben, wie ihr auch einnehmt. Wenn man dann aber sagt, ja, da müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen, dann sagen Leute, nee, das finde ich aber nicht so schön. Ja, also irgendwie bei Belgien habe ich das ja so mitbekommen, als die Politik sich ein bisschen selbst gelähmt hatte und dann irgendwie keine politischen Entscheidungen gefällt wurden, wurden auch keine neuen Maßnahmen und Reformen entschieden, die halt auch immer wieder Geld kosten, weil alles umgestellt werden muss. Alle müssen sich umgewöhnen. Die Prozesse sind dann doch aufwendiger. Also vielleicht wäre es einfach mal gut zu sagen, wir ändern nichts. Wir lassen es einfach laufen und wir optimieren nur Kleinkram so ein bisschen. Also das ist jetzt vielleicht naiv, aber... Ja, das würde bedeuten, dass wir in zwei bis drei Jahren im Nothaushalt wären und dann würden wir gar nichts mehr entscheiden, sondern würde es die Regierungspräsidentin tun. Und das wäre für mich ein kommunalpolitischer Offenbarungseid, so zuvorzugehen. Wir haben 100 Millionen zu viele Ausgaben pro Jahr, müssen mindestens 100 Millionen weniger ausgeben. Und ich finde, das ist eine Anstrengung von uns allen, die wir leisten müssen, dass wir das hinkriegen. Und das macht nicht immer Spaß und manchmal muss man sogar auf Maßnahmen verzichten, die man eigentlich gut findet. Aber bevor man zahlungsunfähig wird und gar nichts mehr entscheidet, finde ich das den besseren Weg. So, ich muss jetzt hier nochmal kurz blättern. Ich möchte nämlich nochmal eine kleine Abwechslung schaffen zwischendurch. Und zwar müssen Sie sich jetzt immer für ein Wort entscheiden, ganz spontan und schnell. Und das geht dann relativ zackig. Drinnen oder draußen? Draußen. Oben oder unten? O. Mit oder ohne? Mit. Rot oder schwarz? Rot. Katze oder Hund? Hund. Norden oder Süden? Süden. Online oder offline? Offline. Bonn oder Beul? Bonn. Entscheidungen durchsetzen oder Kompromisse schließen? Kompromisse schließen. Prestigeobjekt oder Freiräume? Freiräume. PDF oder Textdatei? Pff, keine Ahnung. Prozess oder Ergebnis? Prozess. Vertrauen oder Kompetenz? Beides. Okay, dann hören wir jetzt mal auf, bevor ich hier schimpfe, weil die Fragen nicht richtig beantwortet werden. So, so viele Blätter. Ja, mich würde noch das Thema, auch das werten wir dann nachher aus, das wird dann in so eine psychologische Analyse reingebracht. Kriege ich die dann mal? Nein. Also, das Video wird nachher online gestellt, wer sich da irgendwelche Gedanken zu machen will zu den Begriffen, der kann das tun. Veranstaltungen in Bonn, Freiräume, das war so ein Begriff, den sie auch gewählt hatten. Also, wir haben einerseits diesen Begriff der Lärmortskiste, den Bonn sich jetzt so angeeignet hat. Also, immer wieder wird geklagt, wenn Veranstaltungen sind. Es gibt, ja, viele Kulturveranstaltungen, eher die Freiräume suchen oder Unterstützung suchen oder schon weggegangen sind und nicht mehr in Bonn sind. Die Klangwellen oder die Rheinkultur, die wir irgendwie verloren haben. Und andererseits werden Projekte angedacht, die eher auf die Hochkultur zielen oder das auszubauen. Dann wird manchmal so ein Konflikt aufgebaut, ne, Hochkultur versus linke Kultur oder Sport versus Kultur überhaupt. Also, irgendwie entzweit das so auch die Gesellschaft. Aber trotzdem, wie, ja, was ist so Kultur, der Plan in dem Bereich? Also, ich finde das natürlich ziemlich schade. Also, Kultur ist immer was Tolles, grundsätzlich. Und wenn uns vorgeworfen wird, dass unsere Stadt zu viel für Kultur ausgibt, finde ich, da gibt es schlimmere Vorwürfe, als dass man zu viel Geld für Kultur ausgibt, sage ich jetzt mal. So, natürlich müssen wir uns haushaltstechnisch angucken. Jeder Euro kann ja nur einmal ausgegeben werden. Und wenn ich ihn zum Beispiel in die hochsubventionierte Kultur stecke, kann ich ihn woanders nicht mehr ausgeben. Also, insofern müssen wir uns dann doch wieder ein Stück entscheiden. Das ist aber auch so ein bisschen eine Antwort, um jetzt niemandem auf die Füße zu treten. Ich wollte es gerade anfangen. Ich wollte nur mal sagen, also, wenn ich jetzt so mit großer Empörung gelesen habe, wann ist die Stadt, die am meisten pro Einwohner für Kultur ausgibt, das empört mich jetzt erstmal auch in erster Linie nicht. Ja, wobei das ja wahrscheinlich in eine gewisse Richtung fließt, eher in die Hochkultur. Da wird wahrscheinlich mehr pro, sagen wir jetzt mal, Person ausgegeben, als wenn irgendwo vielleicht nur, was haben wir, die, nicht die Metzgerhalle. Ja, also einfach, es gibt ja auch leerstehende Hallen, wo jetzt vielleicht ein linkes Konzert stattfinden würde. Da wird kein großes Geld ausgegeben. Die Leute bringen alles mit, fahren wieder ab, gucken vielleicht, dass es auch ordentlich abläuft. Kostet keinen Euro, kriegt keiner mit. Ist aber auch Kultur. Ja, klar. Also Kultur ist ja nicht nur Oper, Konzert und Schauspiel oder das Bonner Schauspiel, sondern natürlich, wir haben ja jede Menge freie, private Kultur und wir haben auch jede Menge Initiativen, die eigentlich gar nicht so viel von der Stadt wollen, außer ein bisschen Freiraum. Ja, einfach mal einen Platz oder auch mal eine Halle, die ist vielleicht gerade nicht genutzt, die man auch jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre nutzen will, sondern einfach mal für den nächsten Sommer. Ja, so und da finde ich ehrlich gesagt, dass es total schade ist, dass ich die Verwaltung selbst oft so erlebe, dass die uns dann sofort erklärt, einen Katalog, warum das alles nicht geht. Da würde ich mir schon mal ab und zu mehr so ein bisschen den Geist wünschen, wie mache ich was möglich, als warum geht es halt nicht. Das ist das eine. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich bin sogar ein Fan von Oper, also ich gehe sehr gerne in die Oper. Ich finde das schon auch einen tollen Teil von Kultur, der ist allerdings auch sehr teuer, das muss man auch mal sagen. Und insofern muss man sich die Frage stellen, will man das, kann man das? Ich finde, wir können das, aber wir müssen mit weniger Geld auskommen. Also zuletzt habe ich noch so die Aussage gehört von jemandem, der durchaus eher der Wohlhabenden Schicht in Bonn gehört. Ja, ich glaube, dass die Oper wichtig ist, weil sie viele Touristen anlockt oder auch reiche Leute anlockt. Aber ich selbst gehe ja nie in die Oper. Ich habe viel zu kommerziell gedacht. Kultur ist nicht immer nur dafür da, auch eine Oper ist nicht nur dafür da, dass sich hier Konzerne ansiedeln oder dass Touristen herkommen. Ich finde ehrlich gesagt eine gute Opernproduktion, das ist Kultur, das ist toll, das ist Gesang auf wirklich tollstem und höchstem Niveau. Ich finde es ehrlich gesagt schon toll, wenn man Leute hat, die wirklich eine wundervolle Stimme haben, wenn die die Möglichkeit haben, das auch zu üben, das zu ihrer Profession zu machen und Leuten auch vorzutragen. Es geht erstmal für mich um die Kultur an sich als solche und nicht immer sofort, wie verzweckt ist das Ganze? Was kann ich daraus machen? Welches Kapital kann ich daraus schlagen? Das gilt für mich auch nicht für das Theater. Also wenn man die Kultur immer so sehen würde, dann müsste man sagen, dann sind wir eher im Bereich Marketing. Das hat ja wirklich mit Kultur nichts zu tun. Ich sage mal, da kann ich auch, was ich, Thema Beethoven, nehmen wir mal Beethoven mit dem Festspielhaus, was hier gebaut werden sollte, was ich gut finde, dass es nicht kommt, kann ich ja so ein Konzept machen, da sollen möglichst viele Chinesen, Japaner und sonst was hier durchmachen. Dann baue ich hier am liebsten eine Halle hin, spiele dreimal am Tag Beethovens neunte runter und lasse die im Zwei-Stunden-Rhythmus immer da durchlaufen. Ja, da hat jeder seine eigene Vorstellung so, was eigentlich Kultur ausmacht und was es ist, aber trotzdem, wenn es um so Ratsentscheidungen geht und dann richtig viel Geld auf dem Spiel steht und Schulden sind, dann finde ich, geht es auch um Kommerz. Ja, sage ich jetzt mal einfach so, nächstes Thema. Wir wollen noch ein bisschen durchkommen. Doch, das kann ich nochmal kurz erklären. Also, wenn manche kulturellen Veranstaltungen sehr viel Geld kosten, andere dagegen weniger und eine Stadtgesellschaft und dann muss man natürlich fragen, wer definiert für sich, was er als kulturell empfindet. Vielleicht das Teurere, das Billigere. Dann ist es auch eine kommerzielle Frage sozusagen für die Stadt oder für die Stadtfinanz, eine finanzielle Frage, was sie sich leisten kann. Das ist richtig. Das habe ich ja gesagt, eine Kultur können wir uns leisten. Die Frage müssen wir uns stellen. Aber Kultur, auch eine sehr vielfältige Kultur, also sowohl freie, private, wie auch Theater und Oper. Ich finde es toll, wenn wir uns die ganze Bandbreite leisten können. Aber ich sage ja, sage ich auch übrigens in Versammlungen der Opernbelegschaft, sie müssen zukünftig mit weniger Geld auskommen. Dafür werde ich mich auch einsetzen. Aber ich möchte Ihnen schon sagen, wir wollen, dass es das weitergibt. Und man muss sich ja auch nicht vorstellen, dass bei einer Oper die wesentliche Mehrheit der Menschen, die da arbeiten, jetzt reich gut bezahlte Intendanten und Staat-Tenöre sind. Sondern die Mehrzahl der Leute sind Bühnenarbeiter, sind Schauspieler, die haben einen Job, die verdienen nicht besonders viel Geld und legen ihr ganzes Herzblut da rein, gute Kultur zu produzieren. Das finde ich eigentlich toll. Okay. Dann versuchen wir, den Bogen zu spannen von der schönen Musik zum Lärm und zum Verkehr. Also Bonn ist eine der lautesten Städte in Deutschland. Ich weiß nicht, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, wie man das genau misst, ob man dann auch mit einem Mikro durch die Stadt läuft und irgendwie alle Geräusche an verschiedenen Stellen aufnimmt. Also wie, ja, das gehört ja auch so ein bisschen zusammen mit dem Thema der Lärmmotskis, die wahrscheinlich auch gestresst sind. Kann man denen nicht einfach irgendwie Oropax geben? Oder wie kriegt man Bonn leiser? Ja, also ich finde, da ist ja sehr interessant, was für den Lärm akzeptiert wird und welcher Lärm dann manchmal schnell nicht akzeptiert wird. Ja, also Autolärm, Bahnlärm, ja, da wundere ich manchmal, wie langmütig die Leute das ertragen, während dagegen Veranstaltungslärm beziehungsweise manchmal auch Kinderlärm oder sonstige eigentlich viel wohltönendere Geräusche, die werden dann sofort beklagt. Also das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Aber ich sage mal, auf der einen Seite brauchen wir natürlich gegenseitigen Respekt. Wenn wir schon mal vor Gericht sind, dann sind wir eigentlich immer schon irgendwo den falschen Weg gegangen, würde ich mal grundsätzlich sagen. Aber ich sage auch, wer jetzt mitten in der Stadt wohnt und gleichzeitig will, dass um 8 Uhr immer die Bürgersteige hochgeklappt werden, der hat sich irgendwie falsch entschieden. Also das passt einfach nicht zusammen. Bürgersteige hochklappen wäre ja prima, wenn dann gar keine Autos mehr in der Innenstadt fahren und auch das Thema LKWs sollten aus der Innenstadt quasi rausgenommen werden. Wie ist da Ihre Position? Ja, das ist absolut richtig. Ich finde es ganz interessant, da findet ja auch eine Entwicklung statt. Also in den 70er, 80er Jahren war immer die Frage pro Auto oder gegen Auto. Und heute ist, glaube ich, allen klar, wenn die Autos aus dem Stau raus sollen, dann müssen ganz viele Leute umsteigen. Wir werden den Verkehr nicht dadurch lösen, dass wir noch mehr Straßen bauen und die Straßen noch breiter machen und was weiß ich nicht alles. Wir werden das Verkehrsproblem nur lösen, wenn die Leute umsteigen auf die anderen Arten. Also sprich Bus und Bahn, sprich vor allem aus Fahrrad, das ist mein absoluter Favorit und auch mal ganz schlicht zu Fuß gehen. So, meine Oma fährt kein Fahrrad mehr. Wie kommt die in die Stadt? Die würde am liebsten mit dem Auto direkt bis in den Kaufhof reinfahren, wie sie es bisher auch kann, wenn das dann vielleicht nicht mehr geht. Das kann sie eigentlich, glaube ich, nicht, weil sie nämlich erstmal, wer weiß, wie lange im Stau steht. Ich weiß nicht, ob ihre Oma eine von denen ist, die gerne im Stau ist. Ja, wenn die im Dorf irgendwie im Rhein-Sieg-Kreis wohnt und nach Bonn fahren will. Ich sage ja nicht, dass keiner mehr Auto fahren soll. Ich sage, dass diejenigen, die eigentlich locker aufs Auto verzichten können, und das sind viele, die können den Platz frei machen für diejenigen, die aufs Auto angewiesen sind. Das ist ja eigentlich der Plan. Und wenn Sie mal angucken, wie die Verkehrsverteilung in unserer Stadt ist. Ich glaube, wir haben einen Anteil am Radverkehr von 15 Prozent und das ist viel zu wenig. Gucken Sie mal nach Kopenhagen. Da gibt es inzwischen mehr Fahrradfahrer als Autofahrer von den Prozentsätzen her. Warum? Weil die richtig konsequent auf den Ausbau der Fahrradinfrastruktur gesetzt haben. Und da gibt es nur Gewinner. Da gibt es nur Gewinner. Ja, also in Amsterdam war ich jetzt in Urlaub. Da habe ich auch ziemlich viele Fahrräder gesehen. Das ist auch eine ganz andere Stadt natürlich, die anders strukturiert ist, mit dem Auto da durchzufahren. Das ist halt einfach nur ätzend. Mit dem Fahrrad kann man klingeln und den Fußgängern über die Füße fahren. Können wir doch noch viel nachholen in Bonn, oder? Also hier könnte locker der Fahrradverkehr von jetzt 15 bis, ich glaube, bis 2020 können wir den um 10 Prozent steigern. Okay. Also wenn ich dann frage, sollen die Bonner Straßen schneller und besser repariert werden, würden Sie sagen, das ist jetzt nicht die Hauptpriorität, sondern eher Ausbau in Richtung Fahrradhauptstadt? Man braucht gar nicht so viel ausbauen. Man muss einfach die Straßen zu Fahrradstraßen definieren. Auf Fahrradstraßen sind sozusagen die Fahrradfahrer diejenigen, die den Vorrang haben. Was Geschwindigkeit angeht, müssen sich alle ein bisschen daran anpassen. Das machen wir übrigens auch gerade. Wenn wir ein Riesennetz von Fahrradstraßen ausgebildet, dann brauchen wir ordentliche Abstellanlagen und vor allen Dingen brauchen wir ein richtig gutes Fahrradverleihsystem. Genau, das habe ich auch gesehen, dass das durch den Rat ging, dass jetzt quasi die SWB das mal prüfen soll finanziell. Sondern die soll das mal loslegen. Geprüft haben wir eigentlich schon genug. Die soll jetzt sagen, wie setzt sie es konkret um. Die soll sagen, was das kostet und dann machen wir es. Aber wird denn da auch ganzheitlich gedacht oder wird jetzt wieder nur Fahrrad gedacht und dass der Rest vergessen und plötzlich stehen, was weiß ich, LKWs und können überhaupt gar nicht mehr liefern? Im Gegenteil. Ich sage ja, wenn wir es schaffen, 10, 15 Prozent derjenigen, die jetzt im Auto unterwegs sind, aufs Fahrrad umsteigen, dann entsteht doch der Platz auf den Straßen, damit diejenigen, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, endlich fahren können. Das ist doch der Sinn. Das ist ja einfach gar kein Gegeneinander. Aber findet denn da an der Stelle dann zum Beispiel auch mal Bürgerpartizipation statt, dass man fragt, wo sollen die Fahrraddinger aufgestellt werden? Wollt ihr das überhaupt? Oder wie viel seid ihr bereit zu bezahlen? Also wenn wir überall schon so viel Bürgerbeteiligung hätten, wie zum Beispiel jetzt bei den Fahrradstraßen. In welcher Form findet die statt? Ja, indem zu jeder Fahrradstraße Bürgerversammlung stattgefunden haben, wo die Leute sagen können, das finden wir da gut, da finden wir es nicht gut. Da sollte die Ecke anders gestaltet werden. Ganz breit haben sich manche auch wieder darüber geärgert, weil sie sagen, das dauert zu lange. Ihr macht so viel Bürgerbeteiligung in dem Punkt, könnt ihr nicht endlich mal die Fahrradstraßen einrichten. Da sagte ich, ja, es ist am Ende aber trotzdem die schnellste und nachhaltigste Methode, erst eine gute Bürgerbeteiligung haben, auch wenn es ein paar Wochen länger dauert. Und beim Fahrradverleihsystem? Ja, da ist es auch ein bisschen eine Frage des Geldes. Aber wir haben uns jetzt mühsam durchgerungen, auch eine Mehrheit im Rat dafür zu haben, dass das Geld dafür bereitgestellt sind. Weil ein Fahrradverleihsystem, die Investitionen, die da notwendig sind, die sind ein Klacks gegenüber dem, dass ich irgendwo zwei Kilometer neue Autobahnen baue, das kostet dann mehr. Okay, so viele Autobahnen. Auch die Autobahnen sind eigentlich okay, ist eher die Römerstraße, der kleine Rest, der da nervt. Die Diskussion um die Südangente, das wäre ja in Wirklichkeit, auch wenn sie dann Bundesstraße genannt wird, aber in Wirklichkeit wäre es ja eine Stadtautobahn. Die soll ja zweispurig sein und dann mitten durch Bonn führen. Solche Projekte, die finde ich wirklich 60er. Dann ÖPNV, da gibt es zwei Punkte, wo ich sagen würde, das würde den ÖPNV für mich persönlich, ich bin jetzt nicht repräsentativ, attraktiver machen. Und zwar wäre das einmal, wenn der ÖPNV quasi ohne Ticket funktionieren würde. Okay, man spürt zwar eine gewisse Nähe zu bestehenden Parteien in dem Punkt. Und das andere ist, dass ich in der Bahn, in anderen Städten, in Bussen und Bahnen WLAN habe. Und hier in Deutschland funktioniert das überhaupt nicht. Das wäre doch mal so eine Idee. Was halten Sie da vor? Und Steckdosen bitte. Also sagen wir mal so, das hört sich erstmal gut an, wobei ich ja ehrlich gesagt auch mal sagen muss, vielleicht kann ich da mal meine konservative Seite rauskehren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir da auch irgendwie kurz vorm Overkill sind, wenn ich in der Straßenbahn fahre und eigentlich guckt mich keiner mehr an, weil die alle nur auf ihre Smartphones und sonstigen Geräte gucken, die sie dabei haben. Ich finde das sehr ambivalent. Und also ich habe mir das Gefühl, es würde uns auch hin und wieder mal gut tun. Das könnte auch mal im Bus oder Bahn der Fall sein. Einfach mal da zu sitzen, aus dem Fenster zu gucken, die Leute anzugucken. Fände ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, aber ich möchte das lieber selbst entscheiden, wann ich das tue. Vielleicht gibt es ja auch gar nichts zu gucken. Nicht immer was zu gucken, aber ich sage mal, das ist, ja klar sollen die Leute. Früher habe ich halt ein Buch gelesen oder habe Musik mit dem CD-Player gehört und jetzt würde ich halt gerne auf dem Handy lesen, was gerade in Bonn passiert und welche Ratsinformationsnachrichten gerade neu rauskommen, damit ich mich da beteiligen kann. Ich finde, gut, ich denke mal drüber nach, aber ich finde, man soll auch mal ab und zu sich noch so ein Päuschen gönnen, wo man einfach mal nur mit sich selbst beschäftigt und mit seinem Gegenüber mal wirklich ins Gesicht guckt. Finde ich gar nicht so gut. Moment, ich kriege gerade einen Anruf. Spaß. Dann kommen wir zum Thema Bildung. Also meine Ansicht noch zu dem Handy-Thema ist wirklich, dass man zwar Achtsamkeit üben sollte, so, wann nutzt man digitale Geräte und so weiter, aber trotzdem ist Bonn und auch Deutschland insgesamt in den digitalen Themen, wo ich denke, das sind auch viele Zukunftsthemen, ziemlich hinten dran und da fehlt auch eben manchmal das Verständnis und dann kommen manchmal diese Vorurteile, ja, lieber mal abschalten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so eine Sehnsucht in der Vergangenheit, die es nicht mehr geben wird. Ich habe letztens von einem, wie heißen diese, jungen Professoren, so ganz jungen, Junior-Professoren heißen die, ne? Bei der IHK war das, ne? Habe ich gesehen. Ja. Fand ich nicht gut. Ich fand das sehr gut. Also nein, das ist, glaube ich, nicht nur ein Vorurteil, sondern wir müssen uns doch auch angucken, was diese, was ich bin, bin überhaupt kein Gegner, ich habe auch, ich gucke ja auch dauernd in die Dinger rein und bin auch mal oft froh, weil ich sonst gar nicht alles organisiert kriege, was ich zurzeit organisieren muss, ja. Aber dass so dieser Effekt da ist, das merke ich doch an mir selber. Also ich glaube, dass es nur so eine Überforderung ist und das dann aber zu Enthaltsamkeit aufgerufen wird und dann denkt man natürlich, ah toll, da muss ich mich überhaupt gar nicht mehr mit den digitalen Themen beschäftigen. Nein, 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 im Gegenteil, man muss sich damit beschäftigen, aber man braucht ab und zu auch mal eine Pause davon. Ja, das stimmt, da stimme ich zu, aber da will ich einfach selber sagen, wenn ich das so, also nicht so in so einem religiös überhöhten, ne? Also man muss das Handy mal zwei Stunden weglegen. Ja, aber man muss auch nicht 24 Stunden online sein. Okay, also manchmal kann man viel Quatsch gucken auf dem Handy, manchmal kann man sich aber auch fortbilden und interessante Sachen lesen. Ich will nur eine blöde Überleitung zum Thema Bildung machen. Wobei, mir fällt noch eine Sache ein, das Thema Freifunk, da wollte ich nochmal nachfragen. Also zum einen Busse und Bahnen wären toll, wenn die vernetzt wären, aber es ist eine Hölle in der Stadt irgendwie ein Café zu finden, wo ich einfach mal ins Internet gehen kann. Also es gibt, ich kann nur fünf aufzählen und die habe ich mir gut gemerkt, weil ich da regelmäßig hingehe. Und ich finde, ja, wenn man eben Online-Bürgerbeteiligung auch anbieten will, dann muss es auch einfacher sein. Und eine ganz schöne Initiative war jetzt von den Freifunkern, dass die in der Amekall-Kaserne die Flüchtlinge kostenloses Internet gelegt haben. So, kriegt die Stadtgesellschaft das mal bitte hin, überall kostenloses Internet hinzukriegen? Das muss doch so eine Art Grundrecht sein, aus meiner Sicht. Ob es ein Grundrecht sein muss, weiß ich nicht, aber ja, ich finde, das müssen wir hinkriegen. Also diese Freifunk-Initiative ist auch von uns als Grünen nachhaltig unterstützt worden und das tun wir immer noch, versuchen gut mit denen zu zusammenarbeiten, finde ich eine richtige Initiative. Schön. Dann hoffe ich mal, dass wir demnächst, also hier funktioniert das schon, habe ich gesehen. Okay, ein anderes Thema, was mich, ob schon ich irgendwie mich für digitale Themen interessiere, auch ein bisschen aufgewühlt hatte und was mich auch zur Politik so ein bisschen gebracht hatte, um da mal genauer hinzuschauen, das war das Thema der Stadtteilbibliotheken. Also einerseits droht die Schließung der Stadtteilbibliotheken mittlerweile, das habe ich überhaupt gar nicht eingesehen. Zum anderen habe ich dann mitbekommen, es wird das Haus der Bildung gebaut, wo sehr viel Geld investiert wurde, teilweise auch mehr als geplant war. Da haben wir jetzt die Eröffnung am 22. und einerseits ist man, denkt man, ist man geneigt zu sagen, ja, in Bildung muss man investieren, aber muss es denn so ein Prestigehaus sein? Also ich will mir das erstmal auch anschauen, was denn jetzt wirklich draus geworden ist, aber trotzdem finde ich es total schade, dass, ja, das zentralisiert wird und aus den Stadtteilen, die Stadtteilbibliotheken kaputt gemacht werden, inklusive des gesamten ehrenamtlichen Kosmos drumherum. Also erstmal, das ist für mich wieder so ein Beispiel, wo man einfach mal gucken muss, wie ist die Entwicklung gewesen? Wir haben gesagt, ein Haus der Bildung ist für mich überhaupt kein Prestigeobjekt, sondern es gibt endlich mal ein vernünftiges Haus, wo die VHS ordentlich untergebracht ist. Ich weiß nicht, ob Sie die mal in der Wilhelmstraße sich angeguckt haben vorher, das war das reine Grauen. Das hat ja auch viel mit Bildung zu tun, was ich da anbiete. Und zum anderen, modernen Bibliothekshauptstandort zu haben, der ja heute nicht mehr darin besteht, dass man hingeht und sich ein Buch ausleiht. Ich meine, das war früher, da ist man hingegangen, hat sich ein Buch ausgeleitet, hat es 14 Tage mitgenommen, muss es wieder abgeben. So, heute geht es aber überhaupt um Medienkompetenz. Heute muss man allen Leuten, jungen wie alten, Medienkompetenz beibringen. Das ist eine sehr viel, sage ich mal, größere Herausforderung, die da in diesem Haus der Bildung, was den Teil Bibliothek angeht, jetzt gestemmt wird. Und da haben wir damals gesagt, dafür brauchen wir, um das zu können, mehr Personal, als wir da vorher drin gehabt haben. Und wo nehmen wir das Personal her? Wir kommen wieder zu unserem alten Thema, mit den 300 Millionen, Sie erinnern sich grob. Und dass wir nicht einfach immer zusätzliches Personal einfach einstellen können. Da haben wir damals schon gesagt, wenn wir das Haus der Bildung dann einrichten, dann werden wir ein Teil Personal aus den Stadt der Bibliotheken abziehen müssen, weil wir das dann da brauchen. Und wir werden nicht das Geld haben, obendrauf noch sozusagen das Personal einzustellen, sondern so. Jetzt haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, was die Stadt der Bibliotheken angeht, zu sagen, Leute, in der Form wie bisher können wir es uns nicht mehr leisten, haben wir das Personal nicht mehr, aber wir machen euch ein Angebot. Das gibt das sogenannte Bielefelder Modell, wo man in einer Verknüpfung von Ehrenamt und städtischer Unterstützung das macht. Und dann haben wir einfach gesagt, da, wo die Bürger das hinkriegen, dieses Kooperationsmodell zu machen, da wird es weitergehen. Und da, wo das nicht kriegt, da wird es nicht weitergehen. So, das muss man aber auch andererseits sagen, wenn ich jetzt meine Kinder sehe, die sich früher auch gerne Bücher ausgeliehen haben, die gehen heute auf die Onleihe, die leihen sich da das Buch aus. Es gibt ja auch viele Dinge, die damit verbunden sind, wo man gar nicht mehr dahin gehen muss, sondern wo man einfach sagen kann, ich leibe mir meine Bücher so aus oder was ich da sonst an Medien haben will, wo ich gar nicht mehr dahin gehen muss. Ich wollte mal kurz unterbrechen und einhaken bei dem ehrenamtlichen Engagement, was da zum Beispiel auch stattfindet. Also ich bin dann tatsächlich auch mal nach Dottendorf gegangen, ich war noch nie da an der Stadtteilbibliothek, habe mir das angeschaut. Da gab es abends Musik, da gibt es eine Lernwerkstatt, Oledo. Also es gibt einen ganzen ehrenamtlichen Kosmos drumherum, der davon abhängt, dass eine Person sozusagen hauptamtlich da ist. Und das Bielefelder Modell, so wie ich das verstanden habe, das soll ja gar kein Hauptamtlicher mehr sein, sondern es soll aus Fördervereinen, Trägervereine werden, die die gesamte Verantwortung übertragen. So ist das im Kulturausschuss teilweise ausgedrückt worden, aber nie so richtig geklärt worden. Also wie ist es denn anders? Also es gibt eine hauptamtliche Kraft da, aber ich glaube, jetzt nageln wir nicht auf die Stunden fest, mag sein, so Halbtagsstellerichtung in dieser Liebe, aber sozusagen eine Grundsubstanz da zur Verfügung stellt. Und das wird halt ergänzt durch ehrenamtliche Kräfte. Und es gibt da ganz genaue Verträge, wie das funktioniert. Und man kann ja mal nach Bielefeld gucken, deswegen heißt es ja Bielefelder Modell, weil das nämlich in Bielefeld funktioniert. Und ich glaube, was die in Bielefeld schaffen, das können wir auch schaffen. Aber es ist auch an manchen Stellen so, dass Leute gesagt haben, wisst ihr was, das sehen wir gar nicht ein, dass wir hier sozusagen so eine zusätzliche Verantwortung übernehmen sollen. Das ist einfach Dageinsfürsorge der Stadt. Bitte macht das sonst weiter, sonst machen wir gar nichts. Dann sage ich, ja, das ist jetzt, weil ich eben gesagt habe, Kompromisse schließen. Wenn man zu wenig Geld hat, dann muss man Kompromisse schließen. Wenn ich jetzt genug Geld hätte und nicht darauf achten müsste, dann würde ich nicht nur die Stadt der Bibliotheken erhalten, sondern vielleicht noch fünf neue aufmachen. Das wäre toll. Aber das Geld ist dafür nicht da. Und wenn ich dann sage, ist mir egal, dann lande ich irgendwann vor der Wand. Und das will hier keiner, oder? Andererseits, wenn man sozusagen riskiert, ganz viel ehrenamtliches Engagement auch in den Stadtteilen kaputt zu machen, inklusive des gesamten Kosmos, kann ich mir auch vorstellen, dass man damit mehr verliert, als eine Stelle sozusagen eingespart zu haben. Und ich kann nur sagen, gerade unsere Kulturleute haben sich wahnsinnig viel Mühe gemacht, um mit dem, was man an Ressourcen zur Verfügung hat, wirklich eine Lösung zu finden, die für die Stadt der Bibliotheken auch gangbar ist, die aber trotzdem das Haus der Bildung ermöglicht und zum Beispiel sogar noch eine neue Stelle im Auerberg möglich macht. Wie ich ganz finde, ein ganz tolles inklusives Modell mit dem Haus Müllestumpe da. Und das sieht auch aus, als wenn das da funktionieren würde. Also klar, wir müssen da manchmal neue Wege gehen und manchmal müssen wir auch mehr von den Bürgern noch vorhin, als sie bisher schon gemacht haben. Aber angesichts der Finanzlage sehe ich da realistisch keine andere Möglichkeit. Ja, ich bin mal gespannt. Ich beobachte das mal weiter. Noch ist ja nicht das letzte Wort sozusagen bei den Stadtteilbibliotheken gesprochen worden. Auch da fände ich es interessant, das ist jetzt auch wieder mein persönlicher Senf dazu, wenn man auch versucht nochmal weiterzudenken, tatsächlich in Richtung Medienkompetenz und dazu gehört eben auch digitale Medienkompetenz. Ja, das als beispielsweise als Coworking Space weiterzudenken oder dass da auch Digitalseminare stattfinden oder einfach Leute da WLAN haben und arbeiten können. Und das fände ich eigentlich ganz nett, wenn sowas auch in den Stadtteilen selbst stattfinden könnte und vielleicht gibt es ja sogar Leute, die das so interessant finden, dass sie sogar bezahlen würden oder dann auch sagen, wir engagieren uns drumherum, wenn es einfach nur ein anderes Label ist. Es gibt Steckdosen, es gibt WLAN und ich kann da arbeiten und vielleicht lese ich auch mal ein Buch. Ich glaube, dass diese Affinität, die Sie haben zur Digitalisierung, dass das noch nicht so viele in der Bevölkerung sind, dass man das sozusagen flächendeckend so anspielen kann. Also wir müssen schon noch versuchen, auch alle mitzunehmen. Es ist ja toll, dass Leute sozusagen so weit voraus sind. Die müssen dann bei den anderen vielleicht noch ein bisschen Aufklärungsprozess leisten. Ja, in diesem Sinne sehe ich mich auch nicht als Journalist, sondern eher als Aktivist in dieser Sache, um das mal auch transparent zu machen, falls das zu auffällig ist. Okay, also auch das haben wir und dann sind wir auch, dann kommt noch mehr Digital, das haben wir eigentlich schon jetzt fast durch. Politik und Social Media, dann haben wir quasi nochmal so den Bogen auch zu Ende gespannt mit den digitalen Themen. Sie twittern, Ihr Kollege Herr Ruhnstroth-Bauer twittert, Herr Schriederer nicht. Wie sehen Sie so diesen ganzen Social Media Zirkus im Wahlkampf? Also für mich ist das eine Notwendigkeit, weil einfach wir als Grüne nicht so ein Wahlkampfbudget und auch nicht solche Ressourcen haben, wie die anderen beiden großen Parteien. Und da ist für mich dieser Social Media Prozess ein Stück Demokratisierung, weil man nämlich mit relativ wenig Ressourcen, das ist jedenfalls meine Hoffnung, da so ein bisschen gleichziehen kann. Da kommt es irgendwie ein bisschen darauf an, dass man, sag ich mal, so ein bisschen originell ist und interessante Sachen macht. Und für mich ist das so ein Stück Demokratisierung, dass ich an der Stelle jedenfalls hoffe, ich mit den anderen beiden mithalten kann, obwohl wir eben wesentlich kleiner sind und nicht die gleichen Ressourcen haben. Haben Sie vorher schon getwittert, vor dem Wahlkampf? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das wirklich, für mich ist das nicht so eine Frage von Spaß in erster Linie, sondern ist für mich eine Frage, dass das einfach andere Vertriebswege sind. Das sage ich ganz klar. Für mich sind das politische Vertriebswege und die versuche ich jetzt zu nutzen. Da musste ich mich jetzt schwer dran gewöhnen. Ist auch, finde ich, also sage ich mal, gegenüber Facebook ist jetzt so wieder Twitter ja nochmal eine Runde schneller, weil das soll man ja am liebsten, sage ich mal, dreimal die Stunde machen oder so. Und wenn man das wirklich tut, weiß ich gar nicht, wie man überhaupt noch zum Nachdenken kommt zwischendurch über irgendwelche Dinge. Vielleicht ist es mein Alter aber auch. Einfach sich mal in die Bahn setzen und die WLAN-Freiheit genießen. Ich finde den Rhythmus verdammt hoch, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und mir geht es eh schon öfter so, dass ich mich mal frage, wo reagiere ich eigentlich nur noch und wo habe ich wirklich nochmal Zeit, selber mir eine eigene Meinung zu bilden. Also das fehlt mir ein bisschen. Gut, auch da habe ich quasi eine andere Meinung, aber die kann man ja nachlesen im Internet. Kommen wir zur letzten Frage. Das ist nochmal eine Gelegenheit für Sie sozusagen, die Themen anzusprechen, also ein Thema anzusprechen. Wir machen es jetzt auch nicht mehr allzu lang, wo Sie sagen, das hätte ich jetzt gerne heute noch sozusagen transportiert. Ich würde gerne nochmal die soziale Frage ein Stück transportieren, was auch eine Frage von Teilhabe ist. Also wir sehen uns ja immer als wirtschaftlich super erfolgreiche Stadt und in vieler Hinsicht sind wir das auch. Was so Rankings angeht, da schneidet die Stadt Bonn meistens ziemlich gut ab. Aber wir vergessen dabei oft, finde ich, dass wir zwar, ich schätze mal so 80 Prozent der Menschen in Bonn haben, denen es ziemlich gut geht, aber 20 Prozent auch haben, denen es nicht gut geht und denen es eigentlich so schlecht geht, dass ihnen gesellschaftliche Teilhabe gar nicht richtig möglich ist. Und das gilt auch zum Beispiel gerade für die Kinder. Wir haben 20 Prozent arme Kinder in Bonn, machen viele Leute große Augen, können sich das gar nicht vorstellen und sagen, aber arme Kinder, was habe ich mir darunter vorzustellen? Und es sind schon Kinder, die morgens ohne Frühstück in die Schule kommen und mit Hunger kann man schlecht lernen. Also das ist Realität auch in Bonn, das machen sich viele nicht klar. Und für mich wäre es wichtig, als so eine wirtschaftliche Bilanz der Stadt auch daran zu denken, dass diese Zahl unbedingt kleiner werden muss. Für mich ist das ein Ding, was ich nicht hinnehmen will und nicht hinnehmen kann. Und da ist für mich so ein Fokus drauf, dass wirtschaftlicher Erfolg sich auch daran misst, auch bei allen mitnehmen. Und gibt es da Ideen, was man da konkret machen könnte? Komme ich wieder zu meiner Feen, komme ich so ein bisschen zu meiner Feenwunsch, wie kriege ich die Ressourcen, aber ich finde bei allem Sparen, wo ich nicht sparen will, ist beim Thema Betreuung, also sowohl im unter drei und über drei, auch bei der offenen Ganztagsschule, weil da kriegen die Kinder die Unterstützung, die es halt in ihren Familien nicht so leicht haben und die, die da nicht so kriegen. Und natürlich auch in der offenen Jugendarbeit, das will ich auch mal sagen, weil das eben so Strukturen sind, ich sage mal, die Kinder, die mit ihren Helikoptermüttern unterwegs sind, die sind halt in 1000 Vereinen, alles gut organisiert, ja. Aber die Kinder, die diese Unterstützung von zu Hause nicht haben, die müssen abgeholt werden. Und da müssen wir als Stadt so ein bisschen Ersatzfunktionen übernehmen, um denen Chancen zu geben, aber auch für uns selber. Es ist ja nicht nur, dass die Kinder, dass deren Lebensweg sozusagen massiv darunter leidet, sondern auch, dass wir diese ganzen Potenziale verschenken für unsere Gesellschaft. Das finde ich einfach nur schade und bitter. Und da wäre für mich so ein Fokus, dass wir bei dem Ganzen, ich habe jetzt oft über Geld sparen geredet, aber das ist für mich kein Selbstzweck, sondern ich würde gerne die Ressourcen freischaufeln, damit wir an der Stelle mehr investieren können. Okay, ich finde das ein gutes Schlusswort. Und ich drücke die Daumen für den Wahlkampf und bedanke mich für das Gespräch. Fand ich auch nicht, danke. Danke.